Ein Geldautomat, der dein Kontostand öffentlich auf einem Leaderboard anzeigt, zusammen mit einem Foto von dir, was der Automat selber aufnimmt. Das gab es 2022 auf der Art Basel in Miami. Der Highscore am Ende war auch ganz schön hoch. Der Ersteller des Automaten wusste nämlich genau, dass Leute immer mit ihrem Geld flexen möchten. Platz 1 hatte am Ende 9,5 Millionen Dollar auf dem Girokonto und Platz 2 ging an den Musiker Diplo mit knapp über 3 Millionen. Der Automat selber wurde nach der Ausstellung verkauft für 75.000 Dollar. Es ist nämlich...